Sprache, Mimik und Gestik, sich verständigen und zu verstehen, sind zwei der wichtigsten Grundlagen einer funktionierenden Gesellschaft. Einer Gesellschaft mit 6500 aktiven Sprachen, die immer globaler kommunizieren will und muss. In der Bild-, Ton- und Textnachrichten in Echtzeit getwittert, geblockt und gesendet werden. Und ein falsches Zitat Börsenkurse zum Einbrechen bringen kann. In der immer neue Wörter entstehen, während gleichzeitig ganze Sprachen verschwinden. All das macht deutlich, wie wichtig es ist, Grundlagen zwischen menschlicher Kommunikation noch besser zu beobachten, noch intelligenter zu archivieren, noch schneller aufzubereiten, noch präziser entschlüsseln und verstehen zu können. Verständigung, Verstehen, Verständnis, Verstand. Avatec. Made bei Fraunhofer und Max Planck.